Musik 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 Ich habe immer Panik, wenn ich blinken und rot sehe. Nö, das wird bei Ura oder wenn oder wenn das kommt sonst bei deiner Station an und hey Musik Ich glaube, das muss man da holen. Musik Weiß man nicht, ob es ein Problem ist. Wenn du A5 macht 7, dann hat man so ein Display auf dem Telefon. Das hat man so gesehen, das ist ein Problem. Wir haben, auf Erdnuss hast du das Licht und du hast noch immer so ein kleines Text drin und da steht auch noch eine Affirmation an. Dann steht da Leitwerk oder welche Stationen oder 4 3 Ich weiß jetzt gar nicht, was der das hat Wurde aber Bei uns Teddy Red war einfach an Co und Euregency aber glaube ich down ging Das ist auch bei... Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Bei Kalem hatten wir kein Emergency Call. Da haben wir auch noch einen Report von den E-Fo-Foundern. Also eben... Der... Fockpit Emergency Call ist auch ein Komponente. Und dann wird's Call. Ah ja, das... Bei Tui hatten wir das schon. Da musste jeder in der ersten Station den man erreichen konnte. Und das war ganz kompliziert. Der hat den angefangen. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Ich bin der Fall. Der Fall ist vorgemacht als gesagt, dass sich hier oben. Dear Passengers, please ensure to constantly cover your mouth and nose in all buses, trains and stations. Do not risk a fire of at least 50 Euro. Trevi. Es kommt nochmal an. Ist das der Fall? Das ist der Fall. 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 Ich bin jetzt weg. Wer steht? Meck. Ne, weg. Und die haben sie gegenüber Eistil. Wer denkt in der Arbeit. Mach die Uhr. Wo wohnt die denn? Ja, nicht so viel weiter, aber... Sieht so aus wie schön brunnen aus da. Natürlich hat man auch so einen Gegenbogen. Wir hatten ein Herz, das musste wir nach dem Strand so warten. Dann haben wir die auf 87 Uhr noch die Fenster so dunkelmacht. Und dann haben wir so die Redenbogen durch. Ich denke, dass bei denjenigen, die hier in mir schon fehlen, Gäste finden das natürlich mega aufregend, wenn sowas passieren. Gäste, hier ein starbuchen, aber es ist f讓misch. Es ist eine Haus der Kultur der Welt. Was ist denn? Das ist ein Teil der Natur, das ist eine die Kultur der Welt. Die Stadt, die die Kultur der Welt, Platz der Republik Let's get started Aber... ich finde, wir fahren auch immer beziehbar Reichstag, Bundestag Ja So, kann ich das Abend ziehen? Nee Doch Ich war ja, im Rahmen und dann das Ding in die Haft hatten. Die wollen in irgendeines, ich glaube, wo wir Arbeitsausbrüder zu geraten haben. Und dann mit so einer Brücke, die so ein Kitter ist, der damit halt nicht irgendein Lastwagen reinfahren kann. Also, das bekommt man auch einen Lastwagen. Wie heißt das Haus, wo die Arbeit ist? Die Bundeskanzler. Und das sind dann die Begrüßigung am ... Der Bundeskanzler ist sehr geschützt. Ja, das meinte ich auch. Aber bis jetzt. Das finde ich sehr schön. Hier sind alle Botschaften. Was warst du? Ja, die zweite Botschaft ist die einzige, die da mitten. Die ist voll cool. Ja, die steht da einfach. Die amerikanische Botschaft ist ja gerade von Handburg. Ja. Die konsolische Schau. Die englische, die haben die ganze Straße abgehandelt. Ich hätte jetzt in der niedrigen Straße arbeiten können. Ja, okay. Ich habe das nicht gesagt. 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 Der Front Office Agent von der Hauptbahnhof. Ich kann nach außen die Fahrt machen. Ich bin nach vorne gesetzt. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Das ist hoch und gerade gefaffe ich da. Nein, konnte ich nicht sagen. Aber es ist dort begonnen. Ich habe das nicht gesagt. Es will nicht. Wie ist's? Lustsam. Da. Ich bin einfach... Ich bin ein Ich kann schon da was abholen. Okay, fahren Sie bald wohl. Das war halt auch gut. Man empfiehlt. Ich war mit Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson? Sein Kitt aus dem Fenster gehabt. Wirklich? Geworfen. Warum tut man das? Bis zum nächsten Mal. Wirklich? 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 Singel ist Tüten super. Wie wir es kennen? Einfach so. Ja, natürlich. Alles gut. Wirklich? Ich weiß nicht. Wirklich? Ich hab's nicht. Das ist das für die Kette. Ja, okay. Eure Klaue nach Ziesicht